Ja, was machst du noch in der Schrankstube beim Anfang? Ich wollte noch kurz was essen. Jetzt? Ja, ich hab den ganzen Tag noch nichts Richtiges gegessen. Jo, komm. Oh Mann. Was nu denn noch? Jetzt hab ich nur noch bekleckert. Was mach ich denn jetzt? Nimm irgendein Tuch. Aber nicht rein. Ja. Oh Mann, das wird immer schlimmer. Wie kann man so tüffelig sein? So kann ich nicht in den Saal. Ich muss dich zu Hause umziehen. Aber wie kommen wir schnell hin? Eine Lösung hält. Und ich muss mich nicht in den Saal. So, Jan, sieh zu, wir wollen wieder los, die Warte raus. Ja, fein mich! Ja, die Zeit läuft. Komm mit, Jan. Ja, ich bin fertig. Zeig mal. Oh, Mann. Junge, keine 90er-Jahre-Party. Black und white. Ja, das war ja nass. Komm, noch mal. Ist fertig, Jan? Ja, ich bin fertig. Na, dann komm mal. Guck mal, sieht doch super aus. So, dann los, meine Gange. Tarek, was machen wir hier? Jan, ich muss mal. Wir haben doch gar keine Zeit. Man, ich muss das Bier nicht verkneifen können. Äh, nein. Wie, Junge, ist das normal bei dir? Wie, Junge, ist das normal bei dir? Moin. 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 Tarek, jetzt däh mal zu, sonst fängt die Feier ohne uns an. Äh, kannst du auch selber laufen. Äh, kannst du auch selber laufen. Ich, das hat ja gar nicht lange gedauert. Ah, du merkst ja mal nicht so viel. Hoffentlich sind Julia und Britta nicht sauer. Ach, warte, hab ich gar nicht mitbekommen. Dann lass uns rein. Eine Sekunde. Lasset die Feier beginnen. Habt ihr zu Hause eigentlich abgeschlossen? Scheißegal. Ja. 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 Vielen Dank.